Hallo und herzlich willkommen bei den SKD News. Das Wichtigste in 120 Sekunden. Mein Name ist Thorsten Boerberg. Bereits seit zehn Jahren ist die dauerhafte Haarentfernung ein Trend und eine Möglichkeit, gezielt Zusatzumsätze in Fitness- und Gesundheitsclubs zu realisieren. Als Andermarkt Pioniere ist 123H-Frei seit Anfang an dabei und hat bereits mehr als 35.000 Behandlungen erfolgreich durchgeführt. Für den Einsatz in Fitnessclubs hat 123H-Frei ein Konzept entwickelt, bei dem die Geräte zur dauerhaften Haarentfernung nicht gekauft, sondern nur tageweise gemietet werden können. Somit erspart sich der Betreiber die Investition und bezahlt nur die bereits verkauften Behandlungen. Dieses System ist einzigartig, besonders lukrativ und eignet sich natürlich für Fitness- und Wellnessanlagen, die bereits über eine Massage- oder Sparbereich verfügen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter sportkonzepte.biz. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Ihr Thorsten Boerberg